Willkommen zur geflickten Lego-Unterrettung. Thorsten fehlt wieder die Kamera, deswegen seht ihr ihn nicht. So, wie versprochen der Überblick, das ist jetzt die Uruguay-Armee, äh, WW sagen Add-on, das filmen wir jetzt hier an. Die Armee ist das eigentliche, was so da reingehört. Und jetzt hat man eine breitere Front und dadurch hat man dann auch mehr Gegner, die dann die Bug erobern wollen, ne, das ist dann auch sehr praktisch, weil da haben dann richtig viele Böse dann. Das stimmt, da sind sehr viele Figuren dabei, ne. Ja, deswegen, ne. Das ist dann auch. Dann kann man hier Gimli, und, also wie gesagt, Gute sind dann nicht so viele, ist ja auch richtig, so. Ja, Böse müssen immer mehr sagen. Ja, stimmt, obwohl sie verlieren, ne. Ja, die verlieren trotzdem, ja. Also, wie ihr seht, sieht das auch schöner dann aus, wenn wir hier zusammen sind. Ja. Passt. Ja, und dann, würde ich sagen, bis zum nächsten, ähm, Let's Bild, mal gucken, was wir dann zusammenbauen. Mhm. Ähm, ja, und dann sagen wir Tschüss. Jo, Tschüssi.